hallo freunde herzlich willkommen zurück auf meinen kanal ich muss mich entschuldigen dass es längere zeit keine videos mehr gab weil ja ich habe einen neuen pc gebaut deshalb musste ich mich ein bisschen damit beschäftigen aber jetzt kommen wieder regelmäßig videos beziehungsweise ab februar da habe ich nämlich mein aufnahmegerät dann noch dazu okay aber wir zocken hier eine runde poker jetzt erst mal so da sind wir auch schon ja wie gesagt tut mir echt leid aber wie gesagt muss ja auch ein bisschen arbeiten nebenbei ein bisschen hobby machen wir mit pc bauen hier spiel farbe blau ja nice nee wir gehen raus ja gesagt ich habe meinen pc gebaut bemächtig stolz bin noch am ausprobieren also wie gesagt das könnte noch ein bisschen dauern aber im februar denke ich wird alles klar gehen und dann kommen auch regelmäßig videos und ja minecraft wird auch wieder kommen mit meinem cousinchen da freue ich mich schon riesig drauf wir haben schon ein bisschen angefangen zu zocken aber das könnt ihr dann sehen so was hier los nix gut ich hatte eh verloren wahrscheinlich wie gesagt ist jetzt nur ein kleines test video hier weil ich nehme das erst mal mit obs auf und ich kann mich noch nicht so ganz anfreien mit den dingen aber gucken vielleicht klappt er das video hier da mal getroffen ach verdammt egal drilling ok wie es ja ok 64 gehe ich raus ja ich poker sehr sehr gerne muss ich echt sagen ich liebe poker ich könnte ganz stark poker spielen ja gibt nicht muss arbeiten was nilus ruf bei bekommst du ja ja us a 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 ja ja das deutschland her Brasilien ok da ist also flammes hier ja ok es ist jetzt 23 1 ja kommen alle von der schule gerade wahrscheinlich ich hätte training gehabt oha hier kommt könige wollen muss ich machen geht nicht anders kaum einer wenigstens kommen geh mit geh mit wenn du keine ass hast ach du scheiße egal scheiß drauf ja 97 als blind ja mal gucken race würde ich mit gehen wahrscheinlich auch hintergrund kann ich oh nice das gibt es noch das hier ja das sieht auch gut aus ich brauche einen check sieht auch geil oh das sieht geil aus das lassen wir mal so äh 7 8 9 ich brauche nur 10 verdammt ja check ja ist so ein kleines turnier ist ein tisch turnier ist spielgeld ist kein echt geld 40 bei 140 ja komm warum nicht oh die drei hilft mir gar nicht ne oha ah ja check ich bin raus auf jeden fall check void egal die hand habe ich verloren auf jeden fall so was a6 ok oha aber bei small blind ist auch nicht gut ne jetzt müsste ich mal ein bisschen raisen damit die anderen rausgehen ich mach mal ich mach mal ich mach mal pot mal gucken ok 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 07 6 echt jetzt dein ernst er hat aber trotzdem gewonnen oh nein oh oh gott weil er eine flasche hatte ich glaube es nicht es ist so peinlich ich meine schwein wirklich ich habe alles richtig gemacht naja hier kommt 1 2 8 scheiß drauf verdammte kacke es ist jedes mal so spiele ich alleine ja spiele ich gut spiele ich mit meinen Cousinen oder mit irgendjemandem oder nehmen auf bin ich kacke ich will einfach zu viel zeigen ja verdammt egal scheiß drauf ist spielgeld also von daher ich habe genug ja 2 8 da habe ich schon verloren eigentlich schon wieder als erster raus verdammt verdammt ich glaube es nicht ich brauche jetzt 8 2 8 2 wäre ganz nett von dir ja nee ok egal scheiß drauf schließen wir mal hier die runde hat mich gefreut auf jeden fall wie gesagt war ein testvideo wenn ihr noch mehr davon sehen wollt macht mal einen daumen hoch ne also bis denn tschau j ja ja yeah j